Hallo, ich hoffe, euch geht's gut. In meinem heutigen Video werde ich euch meine Geburtstagsgeschenke zeigen. Ich habe euch nämlich eben auf Instagram gefragt, ob ihr das Ganze sehen möchtet. Und die Mehrheit hat gesagt, jep. Und deswegen habe ich mich direkt mal hier hingesetzt und filme das Video für euch ab. Und dieses Video ist sowieso schon sehr besonders für mich, weil es ja so gesehen um meinen Geburtstag geht. Aber ich habe auch noch eine sehr, 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 sehr coole Neuigkeit für euch. Nämlich gibt es eine neue New-Sorte. Und wer mir nicht auf Instagram folgt, der hat wahrscheinlich noch gar nichts davon mitbekommen. Ich habe da auf Instagram schon sehr, sehr viel rumgeteasert und euch gezeigt. Ich heiße auf Instagram übrigens xletter, also genauso wie hier auf YouTube. Und da habe ich euch auch schon die neue Sorte gezeigt, aber ich mache es jetzt auch nochmal auf YouTube. Und zwar sieht die so aus. Diese beiden Produkte wird es in jedem DM in Deutschland und Österreich geben. Und oh mein Gott, Leute, ich freue mich einfach so sehr, dass wir das zusammen geschafft haben. Vor ungefähr einem Jahr kam New raus. Und es ist einfach so krass, dass wir weiterhin immer neue Produkte für euch liefern können. Und ja, das hier ist jetzt ein Shampoo und eine Spülung mit einem mega, mega coolen Peach-Duft, also Pfirsich-Duft. Ich liebe den Duft total, weil er so eine sehr, sehr fruchtige Komponente hat, aber auch so was samtig Süßes. Ich kann das super schlecht beschreiben. Also falls ihr die Produkte bei euch im DM entdeckt, dann könnt ihr sehr gerne mal daran riechen und euch euer eigenes Bild machen. Ihr findet die Produkte teilweise schon ab jetzt bei euch im DM oder es kann noch ein paar Tage dauern und dann werdet ihr sie definitiv bei euch im Haarpflegeregal im DM entdecken können. Das Shampoo und die Spülung sind vegan und auch ohne Silikone und ohne Parabene. Das Shampoo ist für sensible Haut geeignet und die Hautverträglichkeit ist auch dermatologisch bestätigt. Und dieses Shampoo hier ist auch oft heimologisch bestätigt. Das heißt, ihr bekommt zum Beispiel keine roten Augen davon, falls ihr das mal ins Auge bekommen solltet. Es sorgt für eine gute Kernbarkeit der Haare im feuchten Zustand und das Haar fühlt sich im feuchten Zustand glatt an und im trockenen Zustand glatt und weich. Die Rezeptur enthält Panthenol und Glycerin und jetzt kommen wir zu der Spülung. Die enthält auch Panthenol und Glycerin, aber auch Aprikosenkernöl. Und Leute, ich liebe Aprikosenkernöl und ich finde es so cool, dass wir es geschafft haben, dass eben auch hier drin Aprikosenkernöl enthalten ist. Das Haar wird durch diese Spülung nicht beschwert, sie sorgt für eine problemlose Frisierbarkeit und auch für einen Anti-Frizz-Effekt. Und ihr habt durch diese Spülung eine sehr leichte Kennbarkeit der Haare im feuchten Zustand. Wegen dem hohen Gehalt an Vitamin E, B-Vitaminen und essentiellen Fettsäuren gilt Aprikosenkernöl als äußerst hochwertig. Und Aprikosenkernöl ist bekannt dafür, dass es nicht nur auf unsere Haut äußerst positiv wirkt, sondern auch auf unsere Haare. Vor allem trockene, gefilzte und zu brechen neigende Haare werden mit Aprikosenkernöl optimal gepflegt. Falls ihr die Produkte schon zu Hause habt, dann könnt ihr mir sehr gerne ein Foto schicken. Denn ich reposte wie immer einige in meiner Instagram-Story. Und ihr könnt natürlich auch sehr gerne dem wie New Account auf Instagram folgen. Dort gibt es auch immer coole Infos und Neuigkeiten für euch und auch einige Verlosungen. Und da erfahrt ihr auch immer ganz viel über die Produkte. So und jetzt starten wir mit den Geburtstagsgeschenken. Ich hatte am 20. März Geburtstag und Leute, hier liegen gerade schon alle Geschenke, die ich euch jetzt zeigen wollte. Und es ist mir fast schon unangenehm, euch das zu zeigen, weil es wirklich richtig, richtig viele und teilweise auch echt krasse Geschenke sind. Und ich bin wirklich unglaublich dankbar dafür. Und letztes Jahr habe ich ja zum Beispiel kein Geburtstagsgeschenke-Video gefilmt, weil bei solchen Videos auch sehr häufig Kommentare kommen nach dem Motto, ihr möchtet es doch nur angeben oder sonst was. Und deswegen wollte ich das hier vorne mal als kleinen Disclaimer machen und sagen, nein Leute, ich möchte damit nicht angeben. Wie gesagt, es ist mir fast unangenehm, euch zu zeigen, was für krassen Sachen einfach dabei sind. Ich bin unglaublich dankbar für alle Leute, die hier an mich gedacht haben und mir solche krassen Sachen geschenkt haben. Und einfach so viele von euch von Instagram wollten das sehen. Deswegen habe ich dann mich jetzt dazu entschieden, das Video zu filmen. Meine heutige Videofrage ist, in welchem Monat habt ihr Geburtstag? Schreibt mir das mal in die Kommentare und da werde ich mir das mal durchlesen. Ich habe immer das Gefühl, dass relativ viele Leute März Geburtstag haben. Keine Ahnung, ob das irgendwie statistisch bewiesen ist. Ich glaube nicht, das wird wahrscheinlich jedem Monat gleich sein. Aber zumindest aus meinem Umfeld haben echt viele März Geburtstag. So, wir starten einfach mit der ersten Sache, die ich an meinem Geburtstag geschenkt bekommen hatte. Und zwar war das nämlich direkt morgens. Das war hier diese Krone, wo Birthday Girl draufsteht. Und die finde ich wirklich so unglaublich süß. Die hat Jonas mir quasi direkt nach dem Aufstehen geschenkt. Und Leute, dieses Krönchen allein war, glaube ich, schon mein krassestes Geburtstagsgeschenk, was ich jemals hatte, weil es einfach so, so süß ist. Die nächste Sache ist so ein bisschen weird, sagt relativ viel über mich. Und zwar hat mich Jonas das auch geschenkt. Das sind nämlich Hausschuhe. Also, vielleicht fragt ihr euch jetzt, hä, das sind doch keine normalen Hausschuhe. Aber ich verwende sie tatsächlich als Hausschuhe. Ich habe nämlich so einen kleinen Tick. Und zwar trage ich zu Hause immer Hausschuhe, weil ich super schnell kalte Füße bekomme. Und ich hasse das, wirklich. Die ganzen Hausschuhe, die ich halt habe, die sehen halt nach einem Monat schon aus, als hätte ich die fünf Jahre getragen. Ich weiß auch nicht warum, irgendwie, die sitzen einfach nicht und irgendwie geht dann die Sohle kaputt. Und dann gehe ich immer zu weit nach innen. Und dann sehen die aus wie so jahrelang abgelaufene Ackboots. Und ja, das sieht dann halt auch nicht mehr so schön aus. Und deswegen kaufe ich mir einfach schon seit längerer Zeit immer so relativ robuste Hausschuhe, die eigentlich eher so Straßenschuhe sind, die ich dann aber nur zu Hause trage. Und die haben dann sowieso immer eine weiße Sohle. Das heißt, dass hier auch mein Boden oder so nicht drunter leidet. Und dann hat Jonas mir jetzt einfach hier diese gekauft. So richtig schöne, hochwertige Hausschuhe. Mit so einer perfekten Sohle, genauso wie ich es mag. Und innen drin sind die auch mega schön warm. Die haben auch eine schöne Farbe. Und Leute, ich könnte mir keine schöneren Hausschuhe vorstellen. Und ich finde sie halt auch für draußen sehr schön. Auch wenn ich sie jetzt nicht für draußen tragen werde. Ich werde sie euch mal in der Infobox verlinken. Allgemein versuche ich euch mal, die ganzen Sachen, die ich euch hier zeige, in der Infobox zu verlinken. Ich habe das nämlich schon mal bei einem Geburtstagsgeschenke-Video von vor zwei Jahren gemacht. Und das kam nämlich sehr, sehr gut an. Und ich weiß nämlich, dass Jonas das ja auch von Amazon hat. Deswegen, ja, werde ich euch das auch auf jeden Fall in die Infobox packen. Genau wie den Rest auch, wenn ich ihn finde. Ja, da freue ich mich sehr drüber. Dann machen wir jetzt einfach mal weiter mit zwei mega teuren Geschenken. Und zwar habe ich die einmal von meinen Eltern und auch von Jonas' Eltern bekommen. Das sind nämlich zwei Sachen. Das sind zwei Ketten. Denn wie ihr wisst, bin ich ein absoluter Schmuckmensch und Schmuckliebhaber. Und das wissen, glaube ich, eigentlich alle, die irgendwie was mit mir zu tun haben, dass ich eigentlich immer Schmuck trage. Übrigens, mich fragen immer so viele nach dieser Kette hier. Die ist von Liebeskind. Die habe ich auch über Amazon bestellt. Und da steht drauf, I am because you are. Und die ist mega, mega süß. Und die werde ich euch auch in der Infobox verlinken, wenn ich dran denke. Ansonsten erinnert mich einfach in den Kommentaren dran. Das hier ist die erste Kette. Und in die habe ich mich direkt schockverliebt. Das ist so eine gute Wahl. Ich habe extra alle Sachen noch relativ unberührt gelassen, damit ich es euch jetzt noch schön in diesem Video zeigen kann. Und zwar ist das eine Kette mit meinem Sternzeichen. Also ich bin Fische und da sind ja einfach Anhänger, die dazu passen. Wie zum Beispiel dieses Fische-Symbol. Die ist einfach mega, mega schön. Hier vorne der Anhänger ist Roségold. Der Rest der Kette ist Silber. Wie ihr wisst, trage ich ja sehr, sehr viel Silber. Deswegen passt das auch noch so zu mir und zu meinem Style. Und ich finde das so eine wunderschöne Idee und auch persönliche Geschenkidee. Die einfach was mit einem Sternzeichen zu verschenken. Ich bin mir relativ sicher, dass es diese Kette mit allen möglichen Sternzeichen gibt. Deswegen werde ich euch das auch mal verlinken, weil ich finde, das ist wirklich eine sehr, 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 sehr schöne Geschenkidee eben. Dann habe ich noch eine zweite Kette geschenkt bekommen. Leute, ich weiß auch nicht warum, aber ich liebe Ketten über alles. Deswegen ist es auch nicht schlimm, dass ich gerade so viele Ketten bei mir zu Hause habe. Weil ich trage sie auf jeden Fall. Und die ist auch, boah Leute, die ist mega, mega schön. Und zwar ist das einfach so eine Kette mit so einem Auge. Und die ist komplett Silber. Und Leute, ey, ohne Spaß. Ich habe die so gesehen, aber so. Wie gut passt die bitte zu mir? Ich habe schon echt lange nach so einer Kette in der Art gesucht. Ich hatte auch mal so ein Armband dazu entdeckt, aber ich habe es mir irgendwie nie bestellt. Und jetzt habe ich einfach so eine Kette mit so einem Auge. Und ich finde es wirklich sehr, 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 sehr schön. Und alleine schon, dass ich wirklich so coole und auf mich passende Geschenke bekommen habe. Das zeigt irgendwie auch, was für ein krasses Glück ich habe, Leute an mich rumzuhaben, die mich einfach so gut kennen. Irgendwie ist es, das allein ist eigentlich so das schönste Gefühl daran. Und wir machen jetzt weiter mit den anderen Geschenken. Und die passen tatsächlich auch alle zu mir. Ich mache erst mal weiter mit drei Geschenken von drei Freundinnen, die ich auch an meinem Geburtstag gesehen hatte. Weil wir noch abends was mit Freunden gemacht haben und am Tag danach ein bisschen mit der Familie. Deswegen habe ich alle Geschenke schon bei mir zusammen. Und zwar ist das eine dieses Oberteil hier. Das hat eine ganz lustige Geschichte. Ich habe nämlich dieses Oberteil hier auch in weiß. Ich kann euch hier mal ein Video einblenden, in dem ich das getragen habe. Das war die Miami Roomtour von unserem Apartment. Und dieses Oberteil war mein absolutes Lieblingsoberteil, als wir so viel rumgereist sind. Und ich habe es super, super gern getragen. Und eine Freundin hatte sich dann auch nachgekauft, weil ich es so cool fand. Und ich habe es ihr natürlich auch 5000 Mal empfohlen. Und dann hat sie mir einfach dieses Oberteil, das ich in weiß hatte, auch nochmal in schwarz mitbestellt. Das ist von New Look. Das gibt es, glaube ich, bei ganz, ganz vielen verschiedenen Online-Shops. Also zum Beispiel bei Aces oder bei New Look selber. Ich kann auch mal schauen, ob es das auch auf Amazon gibt, weil ich, glaube ich, hatte mein weißes bei Amazon bestellt. Und ja, jetzt habe ich es einfach nochmal in schwarz. Und das ist mega, mega cool. Also darüber habe ich mich halt auch echt mega gefreut, weil, wie ich das vorhin auch schon gesagt habe, es ist halt auch irgendwie so ein persönliches Geschenk, wenn ihr versteht, was ich meine. Weil es halt einfach so mein Lieblingsoberteil in einer anderen Farbe ist. Das nächste Geschenk, glaube ich, ich bin ausgerastet, als ich das gesehen habe. Und zwar, eine Freundin von mir hat so einen sehr, sehr schönen Einrichtungsstil, den ich immer sehr an ihr mag. Auf jeden Fall hatte sie solche Knotenkissen und ich fand die so cool bei ihr. Und jetzt hat sie mir einfach auch ein Knotenkissen geschenkt. In rosa. Also perfekt passend zu mir. Und so sieht das aus. Ich finde es mega, mega süß. Das gibt es auch bei so ganz, ganz vielen verschiedenen Online-Wohn-Shop-Dingern. Eigentlich überall, wo es Deko gibt, findet ihr auch aktuell solche Knotenkissen. Ich habe das Gefühl, die sind so ein bisschen im Trend. Bei Amazon werdet ihr wahrscheinlich auch noch welche finden, falls ihr danach sucht. Ich werde auch mal schauen, ob ich euch irgendetwas raussuchen kann, falls ihr euch auch so eins holen möchtet. Keine Ahnung, ich finde es einfach mega cool. Wie gesagt, ich hatte es öfter bei ihr gesehen. Sie hatte eher nochmal so runde. Das hier ist ein bisschen anders von der Form. Keine Ahnung, jetzt habe ich mein eigenes Knotenkissen. Wahrscheinlich bestelle ich mir nochmal ein paar mehr davon. Also ich werde sie mal fragen, woher sie die genau hat. Da werde ich mir ein paar in der Art noch dazu bestellen. Weil ich finde, ein Kissen ist immer so ein bisschen einsam. Und das Kissen ist einfach so schön. Deswegen werde ich mir nochmal ein paar holen. Wer mir so ein bisschen auf Instagram folgt, der weiß, dass ich Sport mache. Also jetzt nicht hochprofessionell, sondern immer so ein bisschen nach Lust und Laune. Aber es hatte schon eine Art von Regelmäßigkeit. Ich habe da irgendeinen Haaren mitgelassen. Auf jeden Fall bin ich jetzt einfach schon seit einem Monat nicht mehr beim Sport gewesen. Weil wir sind ja nach Miami geflogen und dann auf die Bahamas. Und dann wieder zurück nach Miami. Und irgendwie, keine Ahnung, es ist dann voll untergegangen. Ich war einmal im Fitnessstudio, aber Leute, es war wirklich viel zu voll. Und es hat mir einfach diese eine Freundin, das hier gekauft. Weil ich habe schon mal solche Fitnessbänder gekauft. Die waren aber relativ dünn. Also aus so einem Gummimaterial. Und der ist einfach immer die ganze Zeit so umgeklappt. Also dann wurde es auf einmal so mega dünn. Und das tat dann voll weh. Und dann musste man das immer wieder auseinanderklappen. Und das war mega anstrengend. Und ich war nicht so happy damit. Und sie hat ein bisschen mehr Ahnung von Sport. Und hat mir dann das hier gekauft. Auch in pink, Leute. Ich glaube, meine Freunde kennt mich. Irgendwie ist alles, was ich geschenkt bekommen habe, in rosa. Das ist eben so ein etwas breiteres Band. Ich habe das jetzt noch nicht ausprobiert, sondern nur ausgepackt. Aber ich kann mir vorstellen, dass das sehr gut geeignet sein wird. Weil ich hier kann das halt nicht umklappen wie diese anderen Bänder, bei denen das die ganze Zeit passiert ist. Und es wirkt halt auch relativ stabil. Das heißt, es wird dann auch einen recht guten Effekt haben. Falls ihr gar keine Ahnung habt, was ich hier überhaupt meine. Also bei manchen Übungen kann man sich das hier oben so um die Beine machen. Wisst ihr? Und dann halt irgendwelche Übungen damit machen. Und dann zieht das Ganze schön in den Po rein, wenn man Übungen macht. Und dann kann man ein bisschen seinen Po-Muskel, seinen Booty trainieren. Okay, weiter geht es jetzt mit einer anderen Sache. Und zwar habe ich die von meinem Bruder geschenkt bekommen. Und bei meinem Bruder habe ich immer so ein bisschen die Regel, dass ich mir quasi etwas selber aussuchen kann. Meistens wünsche ich mir irgendwie so einen Amazon-Gutschein, Douglas-Gutschein, Starbucks-Gutschein. Aber diesmal habe ich ihm einen Link geschickt zu einer Sache, die ich mir gewünscht habe. Und die hat er mir dann auch besorgt. Ich weiß nicht, aber bei uns machen wir das einfach immer. Ich glaube, dann hat man eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass man am Ende auch etwas hat, was man auch wirklich möchte. Also zum Beispiel, wenn er Geburtstag hat, dann frage ich ihn auch immer ganz konkret, was er möchte. Irgendein bestimmtes Buch oder so und besorgt das dann auch. Und ich habe mir einen Mantel ausgesucht. Mit dem habe ich schon seit längerer Zeit geliebäugelt. Und da habe ich mir gedacht, nutze ich doch einfach mal die Chance und wünsche mir das. Und so sieht er aus. Das ist so ein khaki-farbener Mantel. Also so eine Art Trenchcoat. Ich finde ihn wirklich mega, 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 mega schön. Das ist halt genau mein Geschmack. Ich habe so einen auch noch nicht in der Art, in der Farbe. Und es ist halt eher so ein leichtes Material, also so perfekt für den Frühling. Mir gefällt er sehr gut. Dazu kann ich euch dann auch den direkten Link in die Infobox packen, weil offensichtlich weiß ich den Link, woher er es hat. Okay, und jetzt machen wir weiter mit einer Sache, die ist wirklich mega, mega krass. Und zwar habe ich die von Jonas geschenkt bekommen. Jonas und ich haben schon öfter über das Thema Smartwatch geredet. Und ich habe mir gedacht, dass ich eigentlich schon mal ganz gerne eine haben würde, aber es war jetzt noch nicht so konkret. Aber Jonas hat mir jetzt tatsächlich eine Smartwatch geschenkt. Und zwar ist das diese hier. Und oh mein Gott, Leute, ich finde es einfach mega, mega krass. Ich bin mal sehr gespannt, wie zufrieden ich bin mit der Smartwatch. Ich hoffe, dass sie so meinen Erwartungen entspricht, weil Leute, die ist schon extrem teuer. Wobei, richtig witzig, meine Mutter hat mich gefragt, ob ich mir eine Rolex gekauft hätte, als ich die zum ersten Mal gesehen habe, als ich ihr die gezeigt habe. Nein, ganz so sieht sie nicht aus. Und 15.000 Euro würde ich auch niemals für eine Uhr ausgeben. Also man sagt ja immer, sagt niemals, nie. Aber Leute, ich glaube, das würde ich tatsächlich niemals für eine Uhr ausgeben. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, würdet ihr jemals 15.000 Euro für eine Uhr ausgeben oder euch so eine Uhr schenken lassen. Weil bei mir, keine Ahnung, aber da ist so komplett jegliche Hemmschwelle überschritten. Wer mir auf Instagram oder sonst so ein bisschen folgt, wo ich ein bisschen mehr mein Privatleben zeige, der weiß auch, dass ich zum Beispiel keine Gucci-Taschen oder sowas besitze. Weil irgendwie ist das viel zu viel Geld für eine materielle Sache. Deswegen weiß ich nicht. Bin da nicht so ein Mensch. Auf jeden Fall, für mich ist das hier sowieso schon eine übelst krank teure Uhr, mit der ich wahrscheinlich so vorsichtig umgehen werde, als wäre sie ein rohes Ei. Deswegen will ich mir gar nicht vorstellen, wie das bei einer noch teuren Uhr der Fall gewesen wäre. Ich habe jetzt wirklich noch nichts daran verändert. Ich muss sie definitiv kürzen lassen. Und ich muss diese Uhr hier auch noch erstmal anmachen, einstellen und sonst alles. Ich hatte einfach original noch gar keine Zeit dafür. Aber ja, so sieht sie aus. Ich finde sie mega schön. Ist natürlich Silber, weil Leute, wie ihr wisst, ich trage Silber ja eigentlich immer. Die ist von Michael Kors. Es gibt Smartwatches von verschiedenen Anbietern. Jonas hat sich jetzt für diese hier entschieden. Ich habe keine Ahnung, warum. Aber er wird für mich wahrscheinlich schon seine Gründe gehabt haben. Und das ist ungefähr eines der krassesten Geschenke, die ich glaube, ich jemals bekommen habe. Also echt verdammt krass. Und das war es tatsächlich auch. Also wie ihr merkt, es waren echt so unglaublich krasse Sachen für mich dabei. Und ich bin so, so dankbar, so tolle Menschen einfach in meinem Leben zu haben, die einfach an meinen Geburtstag denken, mir gratulieren, da sind und sogar noch ein Geschenk mitbringen. Das ist einfach so. Keine Ahnung, früher, als man noch ein kleines Kind war, waren für mich immer Geschenke so das Tollste am Geburtstag. Und jetzt ist einfach so das Schönste zu wissen, dass man einfach Menschen im Leben hat, die irgendwie wissen, wie man tickt und die an einen denken und für einen da sind. Und ja, ich bin wirklich sehr, 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 sehr dankbar dafür. Und wie ich jetzt schon am Anfang erwähnt habe, falls ihr die beiden neuen New-Produkte bei euch im DM entdeckt, dann schickt mir sehr, 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 sehr gerne ein Foto. Ich werde einige davon in meiner Story posten. Und ja, für mich ist es einfach so das größte Geburtstagsgeschenk, dass einfach hier diese beiden Produkte bei DM erhältlich sind. Und dass wir quasi mit New jetzt einfach schon seit einem Jahr bei DM sind, was einfach schon so viel mehr ist, als ich jemals gedacht hätte, dass wir das zusammen erreichen. Und deswegen bin ich euch super, super dankbar. Und an dieser Stelle auch ein fettes Dankeschön an jeden, der mich und das Projekt New unterstützt. Falls ihr jetzt noch ein bisschen Zeit übrig habt, dann könnt ihr sehr gerne hier oben auf das i klicken. Dort findet ihr weitere Videos. Oder ihr könnt euch einfach eins von diesen beiden Videos hier anschauen. Hier sind meine Social Media Seiten, hier könnt ihr mich abonnieren und ich wünsche euch dann einen wunderschönen Tag und bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!